Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Street Fighter 5 mit eurem SpookyVF und wir machen eine weitere Runde Survival. Also, da wird man hier vorreinkommen und diesmal holen wir einfach Bison, dass wir hier schön durchkommen mit der Reihe nach. Genau, den Ausdruck habe ich gesucht. Bisschen verpeilt. Mit Bison kenne ich mich auch nicht aus, also eigentlich mit allen Charakteren, die jetzt folgen werden. Insofern ich nicht vorher noch ein bisschen mit den Spielen höre. Da ist er. Da erinnere ich mich immer an einen Street Fighter Film. Den ersten mit Jean-Claude fand ich damals geil. Der Film ist eigentlich ziemlich schlecht, aber damals hat er ihm einfach gefallen. Und ich freue mich auch, wenn Geil, glaube ich, mit dem ersten DLC kommt. Er, glaube ich, als Charakter dabei. Und als Season Pass Mitglied kriege ich den, ja. Das ist immer cool. Zack. Versuchen wir mal, ihn mal zu werfen. Okay, das sieht so aus. Ganz cool. Oh, was war das? Ach, ist das cool, ey. Er ist ja ziemlich langsam, aber hat ganz coole Moves drauf, muss ich sagen. Ähm, und ich glaube, die kann man auch ganz schön aneinanderreihen. Ich habe da mal ein Video gesehen, eine Compilation, eine weiße Compilation. Ähm, tja. Die war recht cool. Gab es geile Moves. Leider habe ich keinen Plan, wie man die macht. Oder aneinanderreiht. Werden wir eventuell sehen. Nein. Irgendwann. Oh Mann. Oh Mann. Muss die mich jetzt natürlich mit Angriffskraft Verstärkung. Ich weiß, er kann auch hier irgendwas. Ja, ist das hier. Kann man ihm eigentlich auf den Kopf springen. Dem Gegner. Wie habe ich ein Teilchen eben gemacht eigentlich. Krieg's nicht auf die Reihe. Oh. Machen wir es hier wieder so. Zu Ende. So, jetzt hat uns das auch wieder nicht viel gebracht. Müssen wir nämlich noch mal Gesundheitsregeneration anwenden. Also, Score-Verdopplung war hier ein Fail. Ach, verdammt. Jetzt hat er aber eben hier ganz schön zerdroschen. Ich frag mich gerade, wie die Critical geht von ihm. Äh, Befehle. Gucken wir doch einfach mal. Na, hier ist sie. Ah, mit Schlag. Okay. Kann in der Luft ausgeführt werden? Klar. Das ist ja krass. Super, aber was war das für ein Scheiß? So, ein Mist. Muss ich wohl nah genug dran sein. Ist das funktioniert? So, nochmal. Oh, meine... Hier ist mal Gesundheitsregeneration niedrig. Kann ich mal ganz voll machen hier. Oh, Rachid. Im Auge des Sturms. Was machst du denn? Ja, so ist das geil, ey. Nichts mit mir, Freundchen. Ja. Ja. Ah, oh, 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 oh. So war das nicht gedacht. Ja, gewonnen. Wie gewonnen, so zerwonnen. Ja. Äh, Mittel. Jawohl, schön. Komm her, komm her. Alter. Hier, frisst das. Jetzt. Ähm. Ähm. Ja. Ich hab doch eben mit dem Tritt irgend so einen Move gemacht. Wie hab ich denn das hinbekommen? War das einfach nur zurück und nach vorne? Ah, ja. Genau. Zurück halten und dann nach vorne. Ja. Und jetzt? Boah. Gibt's doch nicht. Wie trifft man mit dem Ding? Anscheinend gar nicht. Ja. Ja, jede Runde Gesundheitsregeneration. Yeah. Du hast es drauf. Ich muss konzentrierter kämpfen. Beziehungsweise ich hab jetzt auch noch viel herum experimentiert. Äh. Ja, das... Genau so hab ich dann halt das gedacht. Als Kombo. Das ist doch schon mal was. Und jetzt dann. Yeah. Ja. Schön. Mit einem... Hier blinkenden Bildschirm beendet. Ist immer geil. Und das gefällt mir immer. Ja. Die Critical verstehe ich eben noch nicht. Das ist das Problem. Äh. Wir sind, glaub ich, gar nicht getroffen worden, ne? Auslandsweit... Oha. Squashox 5. Hau ab, Alter. Bin ich lebensmüde. Nicht ganz. Servus Birdie. Mit dem müssen wir, glaub ich, als nächstes ran. Direkt auf die Beine. Isä. Jaa. Äh. Esbald in Notre Dame. Ah, hat er geblockt, die Nachfolge hat. Hacke. Upsa. Was machst du denn? Jetzt aber Hau ab K.O. Yeyo So, nochmal Niedrische Gesundheitsregion Reicht gar nicht viel zu füllen, oder was? So ein Scheiß Psst, ja, was ist denn mit dir los? Du bist jetzt komplett im Rückwärtsgang bleiben, ho? Oh Mann, jetzt nervt er aber da hinten in der Ecke Alter Storch Ja, jetzt aber, oder? Jawohl Jetzt sehen wir mal die Critical Art von Bison In der besten Form Mit K.O. Yeah Oh, ho, ho, ho Da leuchtet der Storch Lilla Auch wie er da liegt, ey Völlig Game Over So, nochmal Niedrische Ne, komm, diesmal holen wir keiner Wir benutzen einfach mal keinen Booster Gegen Karin Soll da eigentlich klappen Ja, ja, ja Das Hast du schon mal gesagt Boah Das ist ein Leerscheiß jetzt Das wird mich verarschen Alter Da trifft sie mich, die Sau Yeah K.O. Wunderbar Letzter Fight gegen Neckly Man darf gespannt sein Was der sich ausgedacht hat für uns Äh, ja, völlige Gesundheitsregeneration Ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Ähm Ich glaube, wir holen einfach mal erhöhte Angriffskraft Warum nicht? Wir sind ja nicht ohne Booster spielen Blablabla Heizschne Knauze So, nicht Boah Ey, aufhören Ich liebe das Den Gegner auf den Kopf zu springen Komm Nein Das wäre zu schön gewesen Um wahr zu sein Ja, dann gewinnen wir eben Auf diese Art und Weise Schade Schade Hier noch eine Critical angesetzt Das wäre so cool gewesen So, damit kriegen wir auch mit Beisen Jetzt einen neuen Titel Und Ähm Ja Das Standard Outfit Die Farbe Nummer 3 Ein bisschen Kampfgeld Mit dem wir uns neue Sachen kaufen können Im In-Game-Job Oh, sogar richtig gut Geld Und Ja Ein paar Level Ein Dämon kennt Keine Schwäche Eine Trophy Aha Keine Ahnung Welche das jetzt ist Können wir eigentlich mal kurz rüber gucken Geht noch Ach ne Ich nehme ja mit der Playstation auf Nicht mit der Egato Ihr habt also die Trophy gar nicht gesehen Okay Ähm Ja, alles klar Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und hoffe bis zum nächsten Mal Mit Ja, hier Birdie Als Birdie am Start Und dann sind es nicht mehr so viele Und dann Äh, ja Müssen wir wohl auf Normal wechseln Was Hördisch wird Bis dahin Euer SpookyVF Mit Street Fighter 5 Bye, bye, bye